hallo servus und moin moin meine lieben kleine ankündigung denn irgendwie habe ich bock auf ein bisschen was anderes und zwar will ich mir so eine kleine challenge auferlegen und zwar geht es darum wir haben mittlerweile hier in der hunter cool of the world 12 maps mit insgesamt 109 tierarten wenn ich die wenn ich bin ich gleiche tiere auf verschiedenen maps nicht doppelt zählt heißt hirschfelden haben wir acht tierarten wir haben acht auf layton lake wir haben sechs in der medvet tiger neun in vor hunger sieben jeweils in park fernando und yukon valley in quattro colinas haben wir zehn verschiedene tierarten dann silver ridge peaks 9 nationalpark avaroa 8 rancho del arroya wieder 9 in mississippi acres 9 und ganze 19 auf revontuli coast und ich habe mir vorgenommen jedes tier auf jeder map einmal zu schießen da ich keine 56 stunden am tag hier an zu gange bin will ich mir zeit geben bis ende des monats das ganze jeweils im video festhalten logischerweise nicht mit der 300er durch die gegend knallen als abschießen sondern jeweils natürlich mit der passenden munition heute ist der zwölfte siebte das heißt 14 wenn wir damit morgen anfangen 15 18 hätten 19 tage zeit für die 109 tiere ich weiß klingt erst mal viel aber wenn wir davon ausgehen dass wir natürlich nicht dass ich nicht stundenlang spiel und teilweise natürlich auch gar keine bedürfnisgebiete für die tiere habe und ich tue mich unheimlich schwer mit den vögeln und den kleinen vieh wie fuchs und luchs und so wird auf jeden fall spaßig werden denke ich mir ab morgen geht es dann los und ich will dann versuchen anfangen logischerweise auf hier ist felden kleines manko dabei erst wenn eine karte komplett geschossen ist also wenn ich auf einer karte alle tiere habe geht es dann weiter zur nächsten ich bin gespannt ob ich da überhaupt eine chance habe falls ihr da bock habt mitzumachen oder so seite gern natürlich eingeladen euch an der challenge zu beteiligen ich habe da gerade einen riesen bock drauf und ich hoffe wir sehen uns dann ab morgen regelmäßig bis zum ende des monats geht es also wie gesagt da ich teilweise die videos natürlich einen tag später hochlade würde das heißen dass mein letztes der von tuli kost video eventuell dann am ersten achten hochgeladen wird ist dann aber vom 31 7 vielleicht schaffe ich es aber auch wie gesagt jedes reservat jedes ist hier mit der passenden munition und ich weiß nicht ob ich mir ein bisschen viel aufgebürdet habe aber wenn ihr da bock drauf habt zuzuschauen ab morgen geht es los viel spaß und bis dann